Kurz nach sieben, der Wecker klingelt. Raus aus den Federn, heißt es für die sechsjährige Morena aus Kempten. Vorbei sind die Ferien und die Tage des Ausschlafens. Heute beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Mein erster Schultag. Und bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Um richtig in den Tag zu starten, wird erst mal gefrühstückt. Nach kurzem Umziehen geht es dann ab ins Bad. Zähneputzen nicht vergessen. Mama Tina macht noch die Haare. Schließlich muss am ersten Schultag alles sitzen, auch die Frisur. Damit später nicht der Magen anfängt zu knurren, packt Morena noch ihre Brotzeitbox und etwas zu drehen. Und eins darf am ersten Schultag ja natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Die Schultüte. Okay, Morena. Sag doch mal, was für eine tolle Schultüte du da hast und wo ist die du her hast? Aus dem Kindergarten. Ja, mal gebastelt. Und was genau ist die Schultüte? Was stellt sie dar? Eine Ballerina. Es geht davon aus, Mama und Papa haben die Schultüte kräftig gefüllt. Was denkst du denn, was drin ist alles? Das weiß ich noch nicht. Oder was hoffst du, was drin ist? Ähm, das weiß ich nicht so genau. Vielleicht was Süßes, was zum Spielen, was Wichtiges für die Schule noch. Ich glaub, was Süßes. Mit dem Schulranzen auf dem Rücken und der gefüllten Schultüte in der Hand macht sich Morena auf den Weg. Weit hat sie es zum Glück nicht. Noch über die grüne Ampel. Und dann ist Morena auch schon da. Vor der Grundschule warten auch schon die anderen Kinder mit ihren Eltern. Bist du schon aufgeregt? Ja. Was denkst du denn, was dich alles Neues hier erwartet? Ja, Freunde und alles. Und auf was freust du dich am meisten? Ja, was ich jetzt in die Schule komme. Was denkst du denn, was kommt alles Neues auf dich zu? Oh, das weiß ich nicht. Das denk ich. Ja, was ich Freunde finde und alles. Und jetzt denkst du, was verändert sich alles jetzt im Kindergarten, wenn sie in die Schule gehen? Was wir in der Schule, ähm, was wir immer in der Schule essen alleine dürfen und alleine Freunde finden dürfen. Also. Im Klassenzimmer angekommen, werden Morena und die anderen ABC-Schützen von ihrer neuen Klassenlehrerin Sabine Wilinski begrüßt. Aufmerksam hören die Kleinen zu. Schließlich wollen sie am ersten Schultag nichts verpassen. Auf eine wichtige Sache aber warten alle schon den ganzen Morgen gespannt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Insgesamt 19 Schultüten dürfen nun endlich geöffnet werden. Und die sind alle reichlich mit Spielsachen und Süßigkeiten gefühlt. Russische Backkekse. Ein süßer Start in den Ernst des Lebens.